So, und damit heiße ich euch ganz, ganz herzlichst Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jawohl, ja. Ähm, bevor wir... Ach, warte mal, wir waren ja das letzte Mal genau hier unten, müssten ja theoretisch gesehen, wenn dem noch so ist, wie ich es glaube, äh, noch... Ja, genau. Die Three Stooges noch hier sein. Die drei Creeper-Männer. Naja, dann, wir müssen ja jetzt eh warten, bis es wieder Tag ist. Das heißt, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, gucke denen Auge um Auge ins Gesicht und erzähle euch, dass ich mich dazu entschlossen habe, das Minecraft-Let's Play ähnlich so aufzubauen wie das Diablo-Let's Play. Ich hatte da ja noch gesagt, gerade bei Diablo-Let's Play, bla bla, das werden wir nicht machen, bla bla bla. Ähm, jetzt hat sich das aus privaten, arbeitstechnischen Gründen aber dann doch so ergeben, dass es vielleicht ein... besser wäre, das doch vielleicht zu tun, ähm, Folge für Folge aufzunehmen. Das heißt, 15 Minuten, Cut, weitere Folge. 15 Minuten, Cut, weitere Folge. Das gibt mir einfach die Freiheit zu sagen, ähm, gut, ich nehme jetzt heute mal nicht eine Stunde auf, ich bleibe einfach bei 15 Minuten, rekorde eine Folge für den kommenden Tag oder für den jeweiligen Tag, haut hier raus. Und dann ist einfach gewährleistet, dass wir von beiden Projekten, ähm, eine tägliche Folge parat haben. Und deshalb werde ich das jetzt auch ab heute hier beim Minecraft so anwenden. Fehlt da, nee, da fehlt kein Glas, ich dachte schon. Ich hoffe, ich stöße da jetzt irgendwie keinem vor den Kopf mit, mich doch so entschieden zu haben. Aber es ist einfach einfacher. Ja, was machen wir denn jetzt hier mit den Typen da unten? Komm ich da... Ja, das ist ja super. Dann können wir die ja hier... Nein! Nein! Alter! Nein! Ah, jetzt hat uns der Skeleton da unten noch gesehen, das gibt's doch gar nicht. Mehr Pech kann man doch gar nicht haben. Hab ich die Fackel da weggehauen, ne? Die hauen wir dann natürlich wieder ganz brav hin. Ist die jetzt auf der... Guck mich nicht so blöd an. Ist die jetzt auf der richtigen Höhe? Warte mal, eins, zwei... Moment. Ja, dürfte richtig sein. Müssen wir dann nachher nochmal gucken. Wir haben ja auch einen Bogen, aber wir haben keine Pfeile dabei. Na, der bringt ja wenig. Ich glaube, ich möchte dich da nicht hauen. Mann, ich hab Angst, dass der mir da ein Loch ins Haus reißt. Oder jetzt, dass das Skelett irgendwie den Creeper trifft und dann ist alles für den Arsch. Dann müssen wir das Haus... Ah! Nochmal neu aufbauen. Schmeiß mich hier nicht runter, mein Freund. Es gibt Ärger, echt. Ich sag's dir. Okay, es hat keinen Sinn. So, das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja, ja. Monster sind in der Nähe, bla, bla, bla. Du mich auch. Oder wir machen da doch... Komm, pass auf. Hat ja gar keinen Sinn. Jetzt lauf doch nicht dahin. Jetzt. Bleib doch mal stehen. Nein! Nein! Genau darüber sprach ich bereits. Ja, ist ja ganz toll. Die Folge geht ja super los. Das ist ja ein Traum. Ach, ist das schön. Und wir haben kein Schwert mehr. Doch, wir haben noch ein Steinschwert. Ist doch zum Heulen. Ist der Creeper jetzt bei uns da unten drin? Hm. Ja. Ist hier sonst noch irgendwas? Okay, pass auf. Wir müssen es riskieren. Bevor die uns hier noch... Das ganze Haus auseinandernehmen. Ich hoffe. Wir finden den Creeper jetzt. Weil hier war doch definitiv noch einer. Oder haben die sich gegenseitig mit in den Tod gerissen? Hier drin ist er ja nicht so, oder? Nee. Ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit den Aufräumarbeiten. Oh Gott, ist das... Ah, ist das hässlich. Ich hoffe, mir fällt jetzt hier nichts auf den Kopf. Naja, eigentlich war es anders geplant. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch da hinten bei uns haben. Alter, ich habe Schiss, dass irgendwas noch irgendwas mehr... Irgendwas noch, was mehrere kaputt reißt. Naja. Ach, Mann. Ja, James Creeper, ne? So, so zu dem Thema. Hat er uns doch erwischt. Die alte Sau. Ach, ist das doof. Naja. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt mit euch hinten bei Bauernhölfchen weitermachen. Daraus wird ja jetzt anscheinend eher weniger was. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir unser Haus wieder zusammenkriegen. Und das ganze Holz, was wir jetzt haben, das reicht ja gar nicht dafür. Das heißt, wir müssen wohl gleich nochmal ein bisschen Holz... Sammeln gehen. Wow. Oh Gott. Alter Schwede. Habe ich mir gerade die Hose gemacht? Naja. So, wie habe ich das denn jetzt gemacht gehabt? Waren das da diese Holz? Ah, die haben wir auch nicht wiedergekriegt, oder wie? Oder war das das hier wahrscheinlich? Ah, die Mucke passt ja jetzt auch wieder perfekt zu dieser Situation. So. Ach, und das Ding hier... Oh Gott. Oder haben wir vielleicht noch? Ja, wir haben noch 10 Zäune. Äh, das ist ja super. Alter, kann ich auch gleich mal hier... Und hier. So. Ach, Mensch, dieser Kack-Creeper da, ey. Das war nämlich genau das, wo ich Schiss hatte, dass der den anschießt. Und dann, äh... Ist nämlich hier Apokalypse angesagt. So, dafür nehmen wir dein Sprengpulver mit. Dein Sprengpulver. Nicht das strenge Pulver, sondern das Sprengpulver. Und die Fackel kommt da wieder hin. So. Okay. Mann, 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 Mann. So viel Action hier zu Beginn der Folge. Das gibt's ja gar nicht. Ha, ist ja unfassbar. So. Ähm, was nun? Äh, ich muss ganz kurz hier gucken, machen da. Ähm, jo, gut. Ähm. Was machen wir jetzt? Ja, Holzhacken. Wir brauchen eine Axt. Wir haben zwei davon. Wir haben noch ein Schwert. Und wir behalten noch erstmal das Steinschwert, das wir jetzt hier in Händen tragen. So, wir könnten den Baum hier nehmen, aber... Pfff, nö. Den haben wir da so mit so viel Liebe gepflanzt. Den möchte ich gar nicht raus... Aus dem Boden reißen, sozusagen. Wir gehen dann an unsere Sumpfstelle. Oder wir können ja auch mal... Wobei, ich glaube, in die Richtung dahin gab's gar keine Bäume, ne? Ähm, dann gehen wir... Ne, halt. Ich dachte gerade. Ja, wir gehen da oben wieder hoch und dann zu unserem Sumpfgebiet, glaube ich. Ach, ne Schildkröte. Little Turtle. So. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Jetzt muss ich mal nochmal ganz kurz hier bei Frapswatt schauen. Kleinen Moment. Jo, passt alles. Super. Ich hab grad schon gedacht, ich hab wieder einen Fehler gemacht mit der Aufnahmegröße. Was ist da denn los? Hey. Ihr Schweine. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab nix gemacht. Ich hab noch nix gesehen. Ich gehe. Ja, ja. Mach du mal. So, schauen wir mal da hinten. Da ist ja unser komisches Häuschen, das ja... Ja, ganz gut aussieht, aber naja. Noch viel Arbeit bedarf. So. Little Tree. I'm coming for ya. Wir müssen übrigens dann auch mal irgendwann hier wieder nachpflanzen, ne? Sonst haben wir hier bald A, keine Bäume mehr und B, haben wir auch bald keine, ähm, keine Bäume mehr. Punkt. Ach, guck mal, hier sind die Sachen noch gar nicht decayed, seh ich gerade. Ach, das ist ja auch interessant. Und ich wollte ja mit euch mal gucken, ob wir vielleicht auch mal ein paar Krokodile finden. Die gibt's ja mit dem Momomo Creatures Momomo Mod. Wollte ich ja mal mit euch gucken, ob wir da vielleicht was finden. Können wir ja gleich mal machen. Vielleicht finden wir ja was. Warum decayed die Bäume hier nicht? Ist da irgendwelche Gründe für? Hm. So. Ne, also ich bin auf jeden Fall froh drum, dass wir jetzt hier die Folgen bei Minecraft auch so gestalten werden. Das ist, äh, es ändert sich im Grunde genommen, ändert sich ja für euch überhaupt nichts. Äh, bloß, dass es am Ende, halt jetzt, äh, und am Anfang und am Ende immer so einen Cut gibt und ihr quasi dann sauber in den Tag, oder in den nächsten Tag, äh, von mir geleitet werdet. So irgendwie halt. Aber das ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen easier für mich dann zu sagen, einfach mal am Tag, hier, ich hab jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde Pause, ich kann eine Viertelstunde dabei aufnehmen und dabei dann einfach garantieren, dass die Folgen noch täglich kommen. Und das ist mir ja schon sehr wichtig, dass da täglich, äh, was auf dem Kanal passiert. Was war das? Achso. Ich wollte schon sagen. So, jetzt müssen wir uns da hochbuchsieren. So. Und weg mit dem Hülz. Und her mit dem Hülz. Oh, ein Apfel. Haben wir noch die Schere dabei? Ja, oder können wir ja hier grad mal die Leaves mitnehmen. Können wir vielleicht irgendwas noch bauen mit. Mal gucken, vielleicht irgendwo hinsetzen, wo wir so gebrauchen können. Wo sie hübsch aussehen. Eine Ente, da waren wir gerade. Ich wollte ja mal gucken, ob wir ein paar Grudile finden. Das machen wir jetzt grad mal. Hier haben wir noch ein bisschen Succaro und ein bisschen ruckelnde Framerate. Finde ich ja super. Och, und das Nervegelied, dass ich nur 30 Sekunden laufen lasse und dann weitermache. Ah, hier sind wieder Schildkröten. Die Ninja Turtles. Ach, was ist das denn? Das sieht ja lustig aus. Ich glaub, wenn ich hier was weggrabe. Nee. Aber wenn ich hier was weggrabe. Ähm. Hohohoho. 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 Hihihihi. So. Okay. Hier geht's also über in Wüste. Ganz interessant, ganz nett. Da hinten ist irgendwie ein Hai oder ein Delfin, oder was ist das da hinten? So, die Schildkröten sind ja ganz niedlich hier. Hallo. Tschö. Aber Krokodile sind ja hier irgendwie nicht so am Schlüssel, ne? Warte, ich muss die Musik mal weitermachen. Die geht mir grad derbst gegen den Strich. So. Bist du ein Delfin oder ein Hai? Au, au, au. Nein. Geh wieder, geh wieder. Geh ins Wasser. Geh ins Wasser zurück, die Delfin. So ist fein. So ist brav. Wow. Alter. Ja, man kann auf den Delfin reiten, wie ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise... Was ist da denn los? Hm. Du bist ein Hai, ne? Bist du ein Hai, attackierst du uns? Ich glaub, du machst böse Schaden, ne? Hm? Ja, ich bin hier draußen und du bist da drin. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. So, dann lass mich mal... Ja, das ist auf jeden Fall ein Hai. Äh, ich muss jetzt aber nur irgendwie wieder... Hahaha. Bleib da, wo du bist. Ja, da. Flipper, du hast das geschafft. Super. Flipper. Flipper. Wo geht's hier denn hin? Äh, das sieht aus wie eine Höhle. Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie eine Höhle. Das lassen wir einfach mal. Höhle hatten wir ja erst. Das ist jetzt nicht so unser Fokus. Eigentlich war unser Fokus Holz. 48 haben wir jetzt. Vielleicht machen wir den 64er grad mal noch voll. Wenn wir das noch... Ja, ja, das schaffen wir zeitlich. Schaffen wir das auf jeden Fall noch. So. So. Und so. Und so. Okay. Ach, hier können wir wieder Äpfel mitnehmen. Und, äh... Das ganze andere Gemüse, was wir da noch haben. Plap, 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 plap. Plap, 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 plap. Und mit damit. Und wer damit. Und hier und dort und jedes und das und selten hast du nicht gesehen. So. Hat perfekt gepasst, dass der Baum jetzt kaputt geht. Jetzt müssen wir... Ach so. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier zurück geht. Äh, weiß ich jetzt nämlich grad gar nicht. Ich glaube aber hier lang, oder? Ja, doch, sieht gut aus. Da hinten ist, glaube ich, unsere Bude. Yo, ich glaube, hier geht's lang. Wir rennen mal ein bisschen. Ich glaube, wir können aber nicht mehr lange rennen, weil... Ähm... Wir haben kein Dings mehr. Kein, äh... Nichts mehr zu essen, glaube ich. Weil doch, ich glaube, die Äpfel kann man doch essen, oder? Lasst uns das mal grad ausprobieren. Hab ich, glaube ich, schon mal probiert. Ach ja, geht. Zwei bringen die. Naja. Ich muss mal ganz kurz husten. Kleinen Moment, bitte. So. Geht's auch schon weiter. Ah, diese kleinen Hustentfälle, die kommen irgendwie zwischendrin immer mal noch. Dem sollte eigentlich nicht so sein, aber ja, wie das halt so ist. Genau, sehe ich genauso. Gulliver. So. Zurück. Zur Boudet. Ja, lohnt es sich jetzt nochmal da unten hinzugehen, oder? Ne, eher weniger. Ich glaube, wir gehen dann wirklich mal pennen gleich. Haben jetzt zwei Nächte durchgemacht hier. Drei sogar. Wir haben ja bei der anderen Aufnahme auch nicht gepennt. Fällt mir gerade ein, weil wir ja nicht konnten, wegen dem Creepern da draußen. Und ich möchte über Nacht da drüben nicht bauen, weil... Naja. Ihr wisst ja mittlerweile warum, ne? Geh ich hier runter oder eher weniger? Sollten wir das Risiko eingehen? Nein, wir gehen es nicht an. Wobei... Ach komm, weißt du? Oh. Oh. So. Oh. Ah. Haha. Okay. Hier müssen wir... Alter, warum spawnen denn da noch Viecher? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Ich glaube nicht, mein Freund. Hör auf. Hör auf. Warum spawnt der da noch Gemüse? Das gibt's doch gar nicht. Da darf doch eigentlich gar nichts spawnen. Der ist doch hell genug. Oder? Hey, Spider-Man. Müssen wir jetzt wieder noch mehr Fackeln anbringen? Ich leg die jetzt hier einfach mal so ganz willkürlich hin. Aber eigentlich ist doch hier viel zu hell. Hm, komisch. Weißt du da etwa Bescheid? Hm? 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 So. Okay, jetzt müsste die Sonne gleich runtergehen. Genau. Und wir gehen auch ins Bett. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Alter, ist das komisch hier irgendwie. Die waren gerade noch nicht da. Die komischen Furzviecher. Naja. Ich hoffe, hier unten spawnt mal nichts. Das wäre ja irgendwie Worst-Case-Szenario. Ja. Genau. Genauso fände ich das. Aber ich kann gerade mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Dann können wir uns nämlich noch ein Eisenschwert zimmern gerade. Und den Alter. Und den Pfeil hier mal reintun. Junge, halt die Klappe da oben. Ich komme da gleich rauf. Blätter. Ja, komm. Ich schmeiß noch mal. Alter Schwede. Da wirst du ja im Kopf verrückt. So, die Wines haben wir jetzt auch erstmal genug. 55 Baum-Settlings. Ja, ein Sand. Super. Ja, Äpfel können wir hier. Aber schon neun Äpfel. Super. Brauchen wir nur noch ein paar Gold-Nuggets. Dann können wir uns da draußen Gold- oder Äpfel zimmern. Und die bringen ja dann auch wieder gut, 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 gut Leben. So, jetzt ist es dunkel draußen. Wir gehen hoch, bevor wir es wieder nicht können. Machen hier schon die Tür zu. Und gute Nacht. Wieder am Tageslicht beende ich diese Episodenaufnahme und sage, wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise in eurem Fall ist es ja dann morgen wieder zurück zu Let's Play Minecraft. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.